Die Scheiße wappt an deinen Händen, du glückst sie nicht mehr. Ja, das alte Problem, das kennen wir alle, aber das kriegst du auf jeden Fall hin, weil wir müssen jetzt ein paar andere richtigen Dinge, das sind auch Probleme, das ist zu Recht. Das sind richtige Probleme, aber wir haben noch ein größeres Problem und zwar. Ja, jetzt nachdem wir die Lutscher Doris besiegt haben, können wir uns endlich auf das Teldteam Gold fokussieren. Richtig, das ist unser großer Plan. Komm rein, rein, sperr mal ab. Hallo, kennen wir uns? Ich habe, und ich muss das wirklich so sagen, ein Telegramm von Karl-Maria-Ludwig-Eberhard von Harsenberg. Sie haben verloren, stopp. Er lasst auf der Lippe fallen. Aber wirklich. Wenige Singles-Matches gegen jedes Sex-Mitglied, stopp. Bei No Regrets, stopp. Gezeichnet, Hartenberg, stopp. Also das heißt, best of three. Also da müsst ihr schon was lachen, wenn es nicht so traurig ist. Ich weiß nicht, wer ist das überhaupt. Erstens, wer ist das, wer bist du? Und zweitens, ja, äh, Siggi, was sagst du dazu? Äh, Moment, das ist bei No Sex Regrets. Richtig? Richtig. Da habt ihr mir doch die Geschäftsreise nach Bangkok bezahlt. Ne, nicht Bangkok. Bang. KOK. Aha. So, super, ich gut raus. Das ist richtig, Siggi. Deswegen machen wir folgendes. Wir machen die einfach total fertig. Oder? Ja, ich meine stimmt, bei einem best of three braucht ihr mich gar nicht, weil ihr gewinnt die zwei Singles-Matches sowieso. Wir nehmen die auch alleine ran. Wohin. Äh, okay, also zwei Singles-Matches. Okay, ich, äh, ich, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, G und Sex. Ja, aber, aber ein bisschen plötzlich. So, Siggi, pass auf, äh, jetzt haben wir das, äh, auch geklärt. Wir machen jetzt folgendes. Dein Flug geht, äh, das ist 6 Uhr. Ging jetzt die 6 Uhr 66? Ja. So irgendwie die Dreherumden. Genau. Gut, pass auf, dann jetzt schnell hier zusammengepackt, äh, und ab die Luzi. Aber, wir haben noch was. Wir haben noch was für euch. Wir sind ja keine Ohrenmenschen. Ja, wir können auch ein bisschen Spaß haben kannst, den Bangkok. Richtig. Und hier geht's auch noch was vom guten Onkel Steve, ne? Pass auf, und wenn wirklich alle, äh, Gummisahler heißen sollten, kann ja passieren. Ja, dann haben wir da hier. Dem Weg ist das noch nicht. Und das ist dem Besten unter uns passiert. Dann haben wir hier noch was für die einsamen Stunden auf See. Und, äh, was für mich. Und die Hände wieder sauber sein. Siggi, du machst dich nach Bangkok auf den Weg. Und NW-Universum, wenn man das so sagen darf. Kann man das so sagen? Kann man vielleicht schon so sagen, ne? Wir sehen uns bei No Sex Regrets. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.